In Israel beginnt heute der offizielle Teil der deutsch-israelischen Regierungskonsultationen. Kanzlerin Merkel hatte sich bereits gestern zu einem Abendessen mit Ministerpräsident Netanyahu getroffen. Im Mittelpunkt der gemeinsamen Kabinettsberatungen sollen Wirtschaftsthemen stehen. In der Informationstechnologie und bei der Internetsicherheit gehören israelische Firmen zu den Weltmarktführern. Perus autoritärer Ex-Präsident Fujimori muss zurück ins Gefängnis. Der oberste Gerichtshof hob die Begnadigung Fujimoris auf und ordnete seine Festnahme an. Der 80-Jährige wurde zunächst in eine Klinik gebracht. Fujimori war wegen Menschenrechtsverletzungen während seiner Amtszeit zu 25 Jahren Haft verurteilt worden. Nach acht Jahren wurde er aus gesundheitlichen Gründen begnadigt. Bei einer Schießerei im US-Bundesstaat South Carolina ist Medienberichten zufolge ein Polizist getötet worden. Vier Beamte wurden verletzt. Ein Verdächtiger konnte festgenommen werden. Weitere Details sind nicht bekannt. In den USA sind in diesem Jahr bereits 100 Polizisten getötet worden. Ein Drittel davon mit Schusswaffen. Alle wichtigen Nachrichten kompakt finden Sie auch in der MDR aktuell App. Heute anfangs teilweise Sonne, von Nordwesten her zeitweise stark bewölkt, aber selten etwas Regen. Höchstwerte 12 bis 17 Grad.